willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal rund eine woche nach dem letzten dps ranking ist es jetzt noch mal an der zeit uns die besten dds aus dem mausoleum der ersten anzugucken wir gucken uns die logs an der vergangenen woche das heißt da sind auch schon die buffs die mittwoch reingekommen sind ein stück weit mit eingeflossen zumindest teilweise dazu sei noch gesagt wir gucken alle mythic bosse an 95th percentile das heißt die fünf prozent der besten spieler aller specks sind hier vertreten und dementsprechend könnt ihr davon ausgehen dass die leute wissen wie sie ihren speck spielen und ihre klasse und man hat eine gute möglichkeit zu vergleichen und bei den gesamten rate ist es auch eher so dass ich weiß nicht wenn klasse x bei boss a besser ist und bei c schlechter gleicht sich das dadurch schon ein bisschen aus und dadurch dass wir im mythic unterwegs sind und in den besten logs unterwegs sind könnt ihr davon ausgehen dass die meisten hier vierer set bonus anhaben und definitiv zwei legendaries das lässt sich nicht explizit filtern aber in dem fall die besten logs fährst du nicht fahren ohne dein vierer set das ist einfach so und dementsprechend haben wir hier eine relativ gute vergleichbarkeit dazu sei aber auch noch gesagt ihr solltet erst mal spielen was ihr was euch spaß macht und nicht das was am meisten schaden macht wenn man einen destro warlock schlecht spielt ist man trotzdem nicht erster im dps nun mal um das so zu sagen und man kann mit jeder klasse den aktuellen content gut bestreiten wir sind ja nicht im race to world first also interessant wir haben ein paar veränderungen die warlocks dominieren zerstörung und demonologie auf platz eins und direkt dahinter der überlebenjäger das ist super interessant weil survival hunter war ich glaube sogar auch letztes addon gefühlt in jedem rate hier ganz unten mit dabei und jetzt auf einmal potenziell bester hunter speck sehr interessant was halt auch am starken vierer set bonus liegt dann haben wir den frost dk gefolgt vom ele schamanen und dem verstärker schamanen dann der demon hunter täuschungsschurke dress sicherheitsjäger und gebrechen hexer also selbst der gebrechen hexer wo das set eigentlich nicht so gut war und wo viele noch vor dem patch gespottet haben ist ziemlich weit vorne mit dabei dann so im mittelfeld gesetzlosigkeitsschurke der feuermagier windläufer mönch furorkrieger arcan magier schattenpriester und frost magier da sehen wir vor allem die magier specks sind ziemlich eng beieinander das finde ich immer ganz gut weil so kann prinzipiell jeder den speck erst mal spielen der eben am meisten spaß macht und b kann man aber auch weiß nicht frost ist im cleave damage also wir reden hier nicht von ich habe 50.000 targets und spread den booms mit combustion sondern ich habe irgendwo noch ein anderes target ein zweites was ich beides gleichzeitig runter bringen zum beispiel dorsekni mythic ist frost mage besser bei andernfalls wieder fire mage ja kein mage ist viable also man kann da viel rum switchen und das finde ich echt ganz gut dann haben wir den retripala unholy decay meuchelnschurke feral druide und tatsächlich die eule auf drittletzten platz gefolgt vom waffenkrieger und dem tierherrschaftsjäger finde ich ganz interessant jetzt nicht nur als eule spieler ich finde die eule selbst jetzt gar nicht mal so schlecht man muss halt hier dazu sagen auf dem niveau wo hier die locks sind ist es halt dann eher so dass bei vielen anderen bossen andere klassen einfach stärker sind ich finde es nur insofern interessant dass blizzard im letzten oder zum patch 9.2 beispielsweise die eule genervt hat weil sie gesagt haben sie ist viel zu stark und jetzt steht sie relativ weit unten da bin ich mir immer nicht so sicher ob sie die sachen die sie da überhaupt aus oder buffen und nerven überhaupt vorher mal getestet haben genauso weiß ich nicht dass der retripala gebracht wurde gut ist jetzt nicht ganz unten dabei und weiß nicht was hat man noch für nerfs so richtig dicke hat man noch keine da haben sie bisher auch noch nicht eingekriegt ich bin mal gespannt was da noch passieren wird gerade je mehr leute jetzt ins mythic vordringen vierer bonus kriegen und so weiter das sind jetzt mal die 50 prozent der besten locks da sehen wir der damage fällt auch rasant ab in sachen durchschnittswerten hier hat demo warlock 13k dps in den fünf prozent der besten locks kommt er auf fast 16k also da sieht man mal was das für einen unterschied macht spielerisch und auch da ist ein bisschen mehr varianz drin und ein bisschen mehr abwechslung wenn wir zu aber immer noch die meisten klassen sind die vorher eben oben waren auch hier oben also das bestätigt dass das kräfteverhältnis schon in etwa so stimmt klar ein paar verschiebungen kann es immer mal geben aber es ist trotzdem ganz interessant zu sehen und im hc wenn wir da mal gucken da haben wir dann zum beispiel ein anderes bild dass die eule ziemlich weit oben ist auf einmal oder die schurken specks auf einmal ziemlich weit unten sind oder der shadow ist deutlich nach vorne gerutscht also sachen was halt auch dran liegt im hc sind wir jetzt auch an einem punkt wo du schon mit vierer set bonus und guten gear und so weiter und so fort bleiben viele stehen holzen durch kriegen pi oder sonst was also power infusion vom priester das macht sich dann hier dann doch noch mal bemerkbar während mythic ist halt noch nicht so lange draußen da musst du eher die mechanics spielen und dann hast du also eine klasse wie beispielsweise jetzt die eule gerade im bewegungsintensiven fights als wenn tier wenn du im hc einfach stehen und durch stehen bleiben und durchtunneln kannst macht es das wesentlich einfacher als vielleicht im bewegungsreichen mythic fights alles in allem wenn man sich das jetzt so anguckt würde ich sagen ist die kluft zwischen der besten klasse und der schlecht also in anführungszeichen schlechtesten ungefähr gleich mit patch 9.1 so rein vom prozentualen abstand gesehen her aber ich würde sagen die balance ist noch nicht ganz perfekt ich würde sagen hier so vom was ich angesehen von dk schamane bis eigentlich hier unten hin an holy decay ist wirklich alles super eng beieinander innerhalb von einem kdps wenn sie es jetzt noch schaffen die klassen an der spitze und unten vielleicht ein bisschen aneinander anzupassen ja dann denke ich haben wir eigentlich ein ganz gutes balancing so dass jeder kann man ja jetzt ja auch schon also jeder kann spielen was immer am meisten spaß macht aber nur so rein von der theorie her das finde je eher enger die alle klassen beieinander sind desto besser beziehungsweise wenn du es jetzt hast wie warlocks dass einzelne klassen super strong sind dass du dann am ende class stacking betreibst und so weiter da bin ich jetzt nicht so der freund von aber alles in allem kann ich aktuell mit dem balancing durchaus leben also von mir aus kein großer grund zur beschwerde damit danke fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat lasst sehr gerne ein abo da klickt den like button lasst uns nochmal richtig einen raushauen zum start ins wochenende ich bedanke mich bei euch fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen 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 bis zum nächsten video reingehauen